Oh Gott, was ist los? Woher kommt der Schiss herein? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vorkommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie bessern nun das Berlin unter Artilleriefeierlich. F***ing don't talk to me, alright? Knock it off! Hören Sie den Beschuss nicht? F***ing don't talk to me, alright? Knock it off! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola ha- F***ing don't talk to me, alright? Knock it off! 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 Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Stärke. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffe von Führung sofort aufringen! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!